das sind wir wieder in luigi's mansion 3 unterwegs ich begrüße euch willkommen wieder zurück zu einer neuen folge von diesem coolen spiel jetzt haben wir so im letzten part zu alles erledigt ja die kompletten jugend eingesammelt aber wie es aussieht haben wir hier ein bisschen stress vor uns ich kann mir nichts vormachen drinnen ist auf alle fälle irgendwas hauptsache die gummienden aber hier kann fluigi durch ja und Okay. ein klempner was ein Spacko oh hier ist ein Schlüssel ein kleines und fügt Wärme 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 Wäste Fäf Wärme 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 Okay, Ihren Bohnen muss... ...versteckt sein. ...versteckt sein. Das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte, aber... Hey, im Endeffekt gibt es eine Leiter. Hm. Hier ist es ja zu. Das hat mich nur im Kreis geführt. Immerhin muss man da hochkommen, oder? Irgendwie muss man da hochkommen. Ähm. Die Frage ist jetzt aber nur, wie. Das fühlt mich ja nur so hinten rum. Hm. ... Zucchini 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 Obligator Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich das hier kaputt machen überhaupt? Ja gut Es ist hier Es ist hier Das war's für heute. Wie muss man auch da runterkommen? Ja. Ja, ja, ja. Die Def. Das war die Okay, das muss jetzt einer kapieren. Oh, oder ich muss. Ah. Die wollen nicht ernsthaft, dass ich das jetzt... Dass ich mit Queechitte reingehe. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Das kann nicht wahr sein. Soll ich das wirklich so lösen? Okay. 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 Ich dachte, das wäre eine Mauer. Holy shit. Das war aber echt fies. Oh. Oh. Die Juwelen sind diesmal so Schraubenschlüssel. Aber wie komme ich da nach unten? Oder komme ich da noch hin? Nein, ihr Schlingel. Das Geist war cool. Die Mitte funktioniert nicht. Okay. Das sieht mir wieder nach einem lustigen Rätsel aus. Okay. Luigi. Mhm. Okay. Ich kann bis zu dem hier vorgehen. Okay. Okay. Ah. Da ist ja noch so ein Schaller. Schaller. Ähm. Ich hoffe, ich kann man da unten auch. Ähm. Lang. Ich habe Maus, Alter. Okay. 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 Cool. Cooles Hinterzimmer. Cooles Hinterzimmer. Es ist ja, als wäre man hier auf so einer Art Schatzjagd oder so. Absatzjagd Pizzakartons. Ich glaube, ich habe es gesehen, wie man an das Juwel hier hinten rankommt. Genau so muss es sein. So. Und da rein darf ich jetzt nicht reinfallen, ne? Ich glaube, das macht Auer. Aber ich sehe hier auf alle Fälle eine Leiter. Okay. Okay. Dann würde ich mal behaupten. Danke, dass ihr euch den Anfang angeguckt habt. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit Luigi's Mansion 3. Ich bin schon gespannt, was da noch so alles auf mich zukommen wird. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.